Ich habe drei lustige Spiele für euch überlegt, für welches ihr euch entscheidet. Wieso lachst du? Weil er doch lustig gesagt hat. Ich wäre das erste Lava-Laber in dieser Welt. Save-Stat. Lava-Samba. Dann haben wir dieser Scheiße. Save-Stat. Krokodil-Gerstand bestimmt. Dürfen müsste ja... Dürfen ist der Vogel... Viermal. 30 Mal oder so stand da, ne? Was stand da? 4, 6, 10. Welche Farbe haben die Krokodil-Köpfe auf? In dem... Äh, das ist so... Grün und braun. Ah, cool. Welchen Wert hat ein roter? 1. Das ist der 1. Ich hätte direkt gedrückt, weil ich... Wie viele Level... Da bin ich gelesen. Oh, cool. 5. Richtig gerade... Äh, äh, wusste ich. Wie viele Bananen... Wie viele Bananen... Staunen müsst ihr einsammeln, um ein extra Leben zu bekommen. 100 natürlich, Mann. Achso. 20. Ne. Eine gibt 10. Bei Donkey Kong Country Returns brauchen wir leider 20. Da haben sie geändert. In welchem Level in der ersten Welt... erscheint der Käfer zum ersten Mal. Level 2. Wer ist hier die Freundin in diesem... Äh... Trixi anscheinend. Dixi. Hä? Dixi, du Hund. Also war Trixi doch falsch. Mein Gott. Hab ich doch vorhin schon gesagt. Äh... 2. Dixi. Netty. Gut, vielleicht ist es eine nette Person. Warum gibt es da zwei Level, die wir freigeschaltet haben? Ja, pass auf, guck mal hier. Das ist nämlich dieses... Ich weiß nicht genau, was das ist. Hier braucht man 15 Dinger. Der fürchterliche, grausame... Kommt ihr nur vorbei, wenn ihr Bares locker macht. Die ganze Sache. Und wollt ihr nicht zahlen, werde ich euch davonjagen. Kämpfen! Ja, da will ich gar nicht unbedingt noch rein, ne? Ja, ich möchte nach dem Level aufhören. ETF? Boah, da ist ein geiles Level. Mich fickt das jetzt schon an. Und zack. Ich hasse, ich finde die Münze. LOL. du bist nicht zwei verschiedene fässer abwechslung pur ja scheiße gehen wir rein springt das zeit schnell wechseln ja 14 also es gibt hier sozusagen drei verschiedene münzen haben diese dk dinger einmal diese teil die man bei dem typ einlösen kann und dann diese diese dinger die man wofür man leben bekommt bei diesem einen typen wo man leben kriegen kann hatte das auf zeig euch mal was weiß der klaus noch nicht noch habe ich jedenfalls so im moment das ist noch gar nicht was ich möchte mich in die kiste nämlich dass der stirbt der penner hoffe voll brutal das gegner ja kein boss doll was für mich eine statu boah ey f*** mich hart das hat mich gelohnt ey Achso, da links TNT So, war was, um links, um links Links Immer noch links Warte, achso Weiß ich nicht Oh, da ist ein Oh Wenn ihr den da jetzt liegen lassen würdet Also wenn ihr den liegen lassen würdet, dann wäre er auch da Und ihr hättet ein weniger einen Typen Oh LOL Double kill Guck mal, wie weit ich runterfliege, ey Warum leidst du? Weil ich da vorhin einen Safe State gemacht habe, weil ich das wusste Bitte, hör auf zu Safe Staten Wir haben 38 Leben und wir Safe Staten Außerdem sind die Level noch nicht schwer Was? Wow, wow Das war schon beinahe richtig geschickt Dann vorbei Es gab eine Möglichkeit zu failen Und du hast aus einem failenden Epic Fail gemacht Und dann aus einem Epic Failenden Legendary Fail Cool Immerhin ein Talent Bei mir warst du voll daneben gesprungen, aber okay Wie er sich toll gefühlt hat, weil er Sturzflug machen kann Zack Oh, da ist ja echt was Haha, bin drin Bin Pro Oh mein Gott, ich find's dir nicht Der Lidl Der Lidl Der Lidl Schwieriger Mein Gott Achso Nach rechts 15 Wir können's uns leisten Wir werden nicht mehr verprügelt von dem Spaten Ja Hi Boah Was ein Wichser Boah 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 Lol Boah Boah Die Game-Münze Wo? Weiß ich nicht Du Wichser Du 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 Warnsohn Das ist mir nur gerade eingefallen Hey, das ist voll deine Schuld Du Sack Ich dachte, da wäre eine Und deswegen glaube ich erstmal dick stehen Oh, cool Natürlich war die Kiste nur für mich prädestiniert Nice Jetzt stirbt er auch noch Was hattest du denn für eine Panik? Boah Der war knapp Loll Bei mir warst du voll dran vorbei Nein Oh Ey, du bist doch ein Ja, kann ich das riechen? Nein Boah, guck mal wie Da greift der Vogel mich auch noch an Warte Ich speichere mal Nein, kein Safegate Töte dich Lass dich töten Oh Oh, das kam überraschend Gut Ich wollte nur mal eben gucken, was das jetzt ist Ich bin voll neugierig, ey Zahlen Toll Stand da was, was ich gar nicht lesen konnte Äh, lol Ist das wie Weihwelt 3 was? Nein, das ist ne Geheimwelt Geh mal in das Level Was? Das ist ne Geheimwelt Zumindest ist das bei 3 so Und wenn du da jedes Geheimlevel machst Dann, äh, komm Kannst du den K. Rool noch anders besiegen Das ist dann Extra Ending Cool Und die Level sind auch teils schwer Ah, die machen wir dann auch, denke ich, ne? Nö Also doch Ja Nein, ist immer Ja bei ihm Wenn er sagt, nein, ich möchte kein Sex, dann, äh Heißt das, ja, nämlich schnell und hart Genau Schick dann vorbeigewixt Woll, wie langsam meiner so voll smooth runtergleitet In der Luft, wenn du springst Da waren wir ja gerade eben schon drin Geh nochmal ran Ok, ich bin raus Tja Ich bin jetzt raus die schwierigkeit ist ohne beschissene oder bienen ist ein bonus level und kein extra schweres löwen war schon wieder so knapp schloss arschloch und so und deine eltern sind geschwister sind es auch problem damit so wie du bei mir reingehst nach links gehst reingehst rausgehst reingehst in deine mutter reingehst rausgehst dafür hätte ich dich jetzt natürlich gebraucht verget nice uh-uh